Fabio De Masi wurde von den Nachdenkseiten gefragt, welche Rolle Ursula von der Leyen bei den Impfstoffdienzen von Pfizer spielt und wie er die Cum-Ex-Geschichte bewertet. De Masi hatte ja Olaf Scholz angezeigt, weil dieser vor allem Untersuchungsausschuss seiner Meinung nach gelogen hat. Naja, schauen wir uns mal an, was De Masi auf die Fragen von Florian Warbeck hier antwortet. Noch eine ganz kurze Verständnisfrage an Herrn De Masi. Sie haben, so eins Ihrer Kernthemen war ja bisher auch die Aufklärung von Cum-Ex. Damit sind Sie auch zum Teil bekannt geworden. Jetzt ist zumindest bei der Aufzählung Ihrer kernpolitischen Themen als Spitzenkandidat für die EU-Wahl kam dieses Thema jetzt nicht vor. Ich würde mich interessieren, planen Sie auch auf EU-politischer Ebene dieses Thema weiter zu verfolgen? Ja, das freut mich, dass das mal angesprochen wird. Ich habe das sogar extra, ich habe sogar vor Christian Laie gesagt, wenn er mich vorstellt, soll er ja nicht das Wort Cum-Excel in den Mund nehmen, weil meine politische Biografie wird häufig darauf reduziert. Und das nervt mich mittlerweile, ganz ehrlich, weil ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich bin in die Politik gegangen, um zu gestalten. Ich wollte jetzt nicht immer die Nervensäge sein, die jetzt irgendwie den Leuten die Finanzskandale unter die Nase hält. Es hat halt nur keiner so richtig gemacht. Und dann habe ich mich darum gekümmert. Das fing im Europäischen Parlament übrigens an mit den Luxemburg-Leaks, dann über die Panama Papers. Und das ist ja auch eine Welt, da geht es nicht immer nur um die Bekämpfung von Finanzskandalen. Da gibt es auch eigene Interessen, da gibt es auch Informationshändler. Und die haben dann irgendwann wohl gedacht, dass ich das ganz gut öffentlich rüberbringe. Und dann sind auch öfters mal Informationen bei mir gelandet. Aber ich bin eigentlich, als ich vor zehn Jahren ins Europäische Parlament eingezogen bin, da war ja so noch die Ausläufe der Finanz- und Eurokrise, kleiner Werbeblock, darum wird das auch, auch neben Finanzskandalen in meinem Buch gehen. Und darüber habe ich, das war eigentlich so mein politischer Schwerpunkt. Und ich möchte, ich habe mich ja auch zum Beispiel in den letzten Jahren zur Frage der Vermögensbesteuerung, habe ich im Pulse gesetzt, weil ich war glaube ich der erste Bundestag, der eine Übergewinnsteuer mal gefordert hat, das war schon in der Corona-Krise, die Reform der Schuldenbremse. Da bin ich noch angeguckt worden wie ein Pferd, haben mir sogar die Grünen 2019 noch erzählt, können wir nicht machen. Heute ist das jetzt Position von Kai Wegner. Also deswegen will ich darauf nicht reduziert werden. Aber wenn ein Finanzskandal kommt, und das ist ja leider so sicher wie das Arm in der Kirche, werde ich mich natürlich gerne darum kümmern. Aber weil das ja gerade bei Corona angesprochen war. Wir haben ja zum Beispiel eine EU-Kommissionspräsidentin, die diese ganzen Impfstoffverträge bis heute nicht richtig transparent macht, wo ja auch Milliarden Profite erzielt wurden. Ich bin geimpft. Ich habe mich entschieden, mich impfen zu lassen. Aber natürlich, wir hatten damals eine politische Situation in der Debatte. Da gab es nur noch, also hört man jetzt morgens den Drosten-Podcast, oder dann gab es dann diejenigen, die sich gegen jegliche Maßnahmen gesperrt haben. Und es muss ja auch noch irgendwie was dazwischen geben. Und ich finde, da ist viel... Ja, da hat Demasi natürlich recht. Während Corona, da gab es eine Polarisierung in der Gesellschaft, die von den Mainstream-Medien kräftig befeuert wurde. Und dem gegen abweichende Meinungen regelrecht Stimmung gemacht wurde. Die Öffentlich-Rechtlichen, die waren da vorne mit dabei. ...gegangen in der Gesellschaft. Und ich kriege das mit, weil das hat ja so einen Digitalisierungsschub gegeben, auch im Negativen. Also weiß ich nicht, dass alle bei Amazon oder so einkaufen, aber dann eben auch in den Schulen. Und Kinder lernen nicht so, dass ich denen einfach ein iPad in die Hand drücke, und dann ist gut. Und da ist was kaputt gegangen. Und da ist natürlich auch was im Vertrauen in der Gesellschaft kaputt gegangen. Wir erleben das in politischen Debatten, jetzt so auf Twitter oder X oder so, weil da so wirklich digitale Parallelgesellschaften entstanden sind. Und ich finde, das muss man aufarbeiten. Und da muss man auch diejenigen respektieren, die für sich eine andere Entscheidung getroffen haben. Und wenn man dann zum Beispiel über Impfpflicht diskutiert oder so... Für diese abgehobene Twitter-Elite, das ist eine sehr gute Beschreibung. Digitale Parallelgesellschaften. Das ist auch eine Formulierung, die wir uns merken müssen. Also das ist wirklich so eine kleine Schicht in der Gesellschaft, die allenfalls, wenn es ganz hoch kommt, ein paar Prozent der Gesellschaft ausmacht, die da anderen in einer moralischen Überheblichkeit meint, vorschreiben zu können, wie sie zu leben haben. Das ist echt unglaublich. Wie gesagt, digitale Parallelgesellschaften, die Formulierung, die merke ich mir. Obwohl es keine seriele Immunität gibt, also ein Akt der Bestrafung oder so, das finde ich einfach politisch falsch. Und da gibt es also genug Themen, auch bei Frau von der Leyen. Ja, absolut. Die institutionalisierte Korruption, die es in Deutschland und in der EU gibt, die gilt es absolut zu bekämpfen. Politiker, die sich schuldig gemacht haben, wie Olaf Scholz, sehr wahrscheinlich, wie sehr wahrscheinlich Ursula von der Leyen, die gehören zur Verantwortung gezogen. Und dafür muss erst mal Transparenz hergestellt werden. Absolut richtig gut, dass die Nachdenkseiten da nochmal nachgefragt haben. Das waren jetzt nochmal zwei interessante Interviewauszüge, auf die wir hier reagiert haben. Das hatten wir ja gestern in der Reaktion nicht mit drin. Finde ich sehr, sehr gut. Wie gesagt, gut, dass es die Nachdenkseiten gibt. Schaut bei dem YouTube-Kanal gerne vorbei. Bündnis Sarah Wagenknecht unterstütze ich ja sowieso. Also wisst ihr ja.